Willkommen zurück, Traveller, Paimon, Balladeer. Bad Mood Attitude, aber ich glaube, er ist jetzt nicht mehr ganz so anstrengend wie vorher. Wir sehen's. Du willst nicht mehr Scaramouche genannt werden? Das wäre eine heimliche Flucht. Hm. Es ist wie du gesagt, Lesser Lord Kusanali. Alles kann sich nicht so schwer sein, aber es war nicht komplett sinnvoll. At least ich habe viele Leute vergessen. Aber das bedeutet, dass dein eigenes Vergangenheit ausgesprochen hat. Natürlich. Und dein Hauptes Ziel, für welches du all das du hast, du nicht konnte es erreichen. Ich hoffe, du kannst das verstehen und verstehen. Veränder die Welt, veränder die Vergangenheit, veränder die Fates von anderen Menschen. Das sind nicht einfach Dinge, die zu erreichen. Was du hast, ist es eine Annihilation. Aber das ist nur eine Fantasie. Selbst wenn der Balladeer ist aus dem Existenz, der Welt nicht heit dein Willen. Indeed. Hahaha. How ridiculous. Do you regret doing all that when you've gotten so little in return? Even if I'm completely worthless, there's nothing in the world worth regretting. Lesser Lord Kusanali, you purposely left that information in Ermansol, didn't you? Yes. And I took pains to make sure that you'd acquire that information naturally. Why would you go to such lengths? You trying to win me over too? In all honesty, your past experiences have made you a useful asset to Sumeru and to me. Winning you over was indeed a part of my plan. But before that, I wanted to tell you the truth about your past. If all I wanted to do was use you, then I'd be no different from the doctor. Very clever. I guess you could say that's one of my virtues. Utility to others is what gives me worth. So if embracing my sins is what it takes to make me useful again, so be it. Yeah, but so think Nahida not. Nahida sees zwar Kosten-Nutzen-Rechnungen, but she doesn't use people. And that's we've seen in the Arche and Quest. That she wouldn't do that just like that, but she's looking for a benefit for both parties. Oh right, I almost forgot. You're the good guys. You're into justice and all that. Sorry if I have a slightly different perspective on things, but I don't feel like I've been duped. The wisest leaders are fated to end up with the best helpers. But I can live with that. I'm glad you're able to think of it in that way. Traveler, in the future, I'll continue to search Ermansol more deeply and see what secrets can be uncovered. Including the beginning of your twins' journey recorded in Ermansol. What exactly happened before and after that point? I wanna know as well. Then help me bitte, es herauszufinden. I will try. Traveler. After I dove into the information torrents in Ermansol, why did you go to Inazuma? Weil ich wissen wollte, was du verändert hast. So that's how you found out whose fate had changed. And how? Well, whatever your reasons, you did me a favor. And I'll do everything I can to pay it back. Ich habe das nicht getan, um dafür belohnt zu werden. Borrowing and returning are the only real relationships between individuals. I'll balance the books one day. Don't you worry. That's not true. A relationship between two people is not simply a ledger that can be reset to zero. I think deep down you realize this. People who show up in your life don't just evaporate like water drops and leave nothing behind. There is no such thing as balancing the books. Some things in this world can never be brought back. And they can never be changed. Which is why there is emotion in the human world. Everything that you feel is real and lasting. And whatever is missing in you will not be made whole. To be human is to live with imperfections. You can choose whether or not you want to be human. Hmm. But humans can't live without a heart, can they? Anyway, I gave up trying to become a human a long time ago. You understand what pain is perfectly well, even without a heart. You're just bearing your feelings. The past is set in stone, but you can keep moving on. And the longer your future lasts, the shorter your past will become. Until one day, it is but a tiny fraction of your life. It sounds like you've got a future planned out for me. I hope you will be with Nahida together. Oh yeah, that would like me. I really like that. Everything has ended up being pretty darn complicated. Paimon doesn't even know where to start, but... The most important thing now is that you need to follow Nahida. Otherwise all our efforts will have been for nothing. Then I guess I'll be helping you from behind the scenes from now on. That's sweet. Because... Because... Paimon still doesn't like you that much. Heh. Then I hope we don't see much of each other in the future. A name is life's first gift. You didn't say it out loud, but I know that's what you're thinking. The traveler in Paimon have helped you a lot. If you can't decide on a new name, maybe you can ask them for ideas. What? Wie soll er es entscheiden? Oh shit. Oh no. Gibt mir doch nicht die Möglichkeit, ihm Namen zu geben. Leute, nein. Oh, das ändert nicht gut. No! Hi, not only does Nicknames. If it's a serious name you're after, it's all yours. Serious name? Serious name? Have you got anything? Nein. Okay. Zu Namensänderungen begrenzt sind. Okay. Ich kann mit Sicherheit einmal seinen Namen ändern. Bestimmte Namen können nicht bloß werden. Ist okay. Ich glaube, ich werde dir jetzt erstmal den Namen geben, den ich im Kopf hatte. Und dann später noch einen gescheiten Namen geben. Ihr wisst ja alle, dass ich so ein kleiner Ito-Fan bin. Wartet's ab. Ja. Ich finde den Namen gut. Er ist zusammen mit Ito und einem Banner. Ach nein, das kann ich nicht machen, weil er will ja von Scaramouche weggehen. Ich will ja... Ja, ist... Nein. Nein. Wir machen das anders. So. Ja. Ito und Utsushi. Erstmal so. Und ich verspreche euch... Man kann die Damen ja nochmal ändern. Hoffe ich. Also, ich hoff's. Bitte denkt daran, dass die Anzahl der Möglichkeiten zur Namensänderung begrenzt sind. Ich gehe mal davon aus... Du kannst den Namen der Figur bis in die Ewigkeit Driftenwanderer Animo durch das Zwischenkapitel des Archontenauftrags Umgekehrte Schöpfung und mit dem Objekt Umschreibungspinseln ändern. Ja. Ich denke mal, wir kriegen diesen Umschreibungspinsel nochmal. Und dann gebe ich den richtigen Namen. Und ich werde euch daran teilhaben lassen. Aber... Aber... Einfach... Ja. Okay. Nein! Ach, es tut mir so leid. Aber ihr könnt mir doch nicht die Möglichkeit geben. Ich... 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 Ich verspreche auf all meine Puls für I'll hate them, dass ich mir noch einen vernünftigen Namen für dich ausdenke. Hoch und heilig. Aber... Wir werden gerade wirklich nicht sein. Alles andere wäre toll. Ja. Oh. Alright. Wenn wir so sagen. Sogar an. Steht es doch? Oh Gott. Nein. Ich werde das definitiv ändern. Wirklich. Oh Gott. Das ist so schlimm. Aber ich... Ich musste es ausprobieren. Ich musste es wirklich ausprobieren. Everyone who manipulated me and made me suffer will have to pay the price. You mean the Fatui? The doctor. At least. Now that your stance has changed, I believe your future path will change accordingly. But it won't be immediate. You still need some time to compose yourself. Hmm. One more thing. There are still some descendants of the Raiden Gokuden living in Inazuma. Some of them know. Well, they ought to know about the connection between Raiden Gokuden and myself. I don't plan to leave Sumeru for the time being. If you see them in Inazuma, please tell them that I was the one responsible for the Raiden Gokuden's downfall. Even though the events have been erased from the world, they still deserve to know the truth. I see. That is up to you. Huh? But if we do that, then... It's fine. Let them stab their blades into my chest if they so desire. Maybe that's how it always should have been. Hmm. What's that look for? Don't make that face. I know what I'm doing. That day will come. Alright. We're done here. Goodbye, wise deity. And you too. He's gone! What he went through today would have been like living an entire lifetime in an instant. He'll need some time to calm down. Yeah, true. But even so, after everything that's happened, he doesn't seem quite as fierce anymore. That's true. I think, in him is just a lot of confusion, Reue, but also a little bit of a lightening. I think, he's got to be better. Also, he's... He's... I don't want to say, it's a little bit of a lightening. That's so negative. And I think really... Also, I've said, at the beginning, I really thought very negative. So, as person. Character, wonderful, geschrieben. Ehm... I think, everyone has a second chance for him. And I hope that he's aggressive. I hope it's really for him. And I wish it to him, that he comes out of this... ...of this... ...of this spiral. ...of this spiral. So, what are you doing? So, we can finally eat? No! 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 Paimon is starving! Thank you both. I hope you will find somewhere nice to go, and relax for a while. I've got it! I can end my novel, with some words from Mikoshi Nagamasa. You mean because everyone else in the story is dead? Yeah! I heard that Mikoshi Nagamasa died at a ripe old age. He's the perfect fit to be the narrator of the epilogue. The dark clouds had dissipated. The dark clouds had dissipated, but they continued to cast their shadow in Mikoshi Nagamasa's mind for decades to come. Then, one night, as an old man, he had a dream. On the night when that prized blade that Daitatara Nagamasa was forged, the people rejoiced, and there was painting, dancing, and drinking. All these expressions of joy melted down in the furnace fire and turned into red clouds that rallied around the final sunrise that Mikoshi Nagamasa saw in his lifetime. Life is a story too long to be told. A journey that you must walk to behold. Hm. Oh nein, sein Name. Bis gleich. So. Wir sind wieder an unserer Unterkunft. Ich werde dir zur Belohnung etwas Leckeres kaufen. Wow! Great! Huh? Look at the vase! Hm? Did someone break it while they were cleaning the room or something? Like... Paimon doesn't remember there being a cleaner. In jener Nacht war Paimon wegen der Sache mit Scaramouche verängstigt und ist aus Versehen an den Tisch gestoßen und hat die Flasche zerbrochen. Aber danach hat Scaramouche seine eigene Existenz gelöscht. Hat er die Welt doch nicht... Hat er die Welt nicht schon verändert? Warum ist diese Flasche dann immer noch zerbrochen? Wer ist da? Ja? Ich weiß, warum du bist problematisch. Einige, die wusste von diesem, finden sie sich überrascht. Huh? Ist jemanden hier mit uns sprechen? Nein? Ja? 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 Der Ergebnis ist noch ein verletzt, ist es nicht? Wer bist du? Wie wirst du all das wissen? Historie nicht einfach verändern. Aber die Menschen können. Verwürfe deinen eigenen Augen. Nur das, was du sehen, ist wahr. Wer war das? Ich habe Vermutungen. Zwei Personen. Bruder, hebt es doch einfach auf. Als ob sie jetzt jemanden holt, der das aufhebt. Hebt es doch einfach auf und werft es weg. Oh mein Gott. Was erwartet mich in der Zukunft? Das kann keiner sagen. Alter. Ja, sehr gut. Wir kriegen einen Pinsel. Ich werde euch dann nochmal daran teilhaben lassen, sollte ich einen Namen für Scaramouche bekommen. Oder wie er jetzt heißt, Ito no Sushi. Krass. Vermutungen. Oh, guck, wie sie immer noch da zerbrochen liegt. Nice. Vermutungen, wer das gerade war. Zwei Personen. Als erstes ist mir eingefallen, diese Göttin der himmlischen Prinzipien da. Oder, so wie sie geredet hat über menschliche Herzen und allem drum und dran und Schicksal. So ein bisschen sogar die Zarin in Vermutung. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das kam mir so als Blitzgedanke in den Kopf. Was ich mir naheliegend wäre natürlich die Heavenly Principles. Was natürlich auch sein kann. Aber ich wüsste nicht, wie sie Einfluss auf uns hat, wäre der Archon von Fontaine. Der Hydro Archon. Weil der ja auch sehr viel Gerechtigkeitskram macht und sowas. Und da braucht man ja ein objektives Bild. Und das war ein sehr objektives Bild übers Schicksal. Aber ich glaube so, die Göttin der himmlischen Prinzipien, die ist glaube ich naheliegend. Ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall krass. Also krasses Ende. Krasse Teaser auf jeden Fall. Ich freue mich so, wenn es weitergeht. Ich glaube, es wird erstmal nicht weitergehen mit der Archon. Es ist ja ein Zwischenkapitel. Und ich vermute mal, es geht dann wieder weiter mit Deinslife. Weil es war ja irgendwie immer so. Nach jedem großen Archon-Quest-Ding mit irgendeinem Archon. Haben wir dann irgendwie ein bisschen Kram gemacht. Und dann sind wir auf Deinslife getroffen. Das war ja in Mondstadt. Dann wo wir unseren Bruder getroffen haben. Und dann nach Inazuma im Chasm. Also in der Kluft. Ich bin gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Es ist auch schon ein neues Event gedroppt. Dass ich wahrscheinlich die Tage anspielen werde. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich hab. Ähm. Ja. Aber das war's jetzt erstmal. Das Ende. Äh. Das Ende. Äh. Das Ende. Zu. Ja. Dem Verbleib von Scaramouche. Wanderer. Ito no Tsushi. Der noch einen neuen Namen bekommt. Und ja. In dem Sinne. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann. Bye bye. Karr Samueler. Bye bye.